WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Da ist das Tor, der Banne ist bereits früh gebrochen, wir haben den ersten Treffer dieser Partie PSG ist hinten, schauen wir mal wie sie jetzt auf diesen Rückschlag reagieren Aschraf Hakimi Jetzt geht Neymar in die Offensive Der Ballgewinn und Grund ist dieses frühe Stören Gnabry Da bekommt er Unterstützung So, die Bayern machen das Tor und gehen damit mit zwei Treffern in den Führer 2-0 steht sie hier, sie machen einen guten Eindruck Mbappé Ball ist bei Ferrati Und Neymar treibt den Ball nach vorne Aber wir sehen es, Ballverlust Und Ferrati Fabian Ball ist beim Mbappé Gibt das den Anschluss? Das hätte ich ja nie und nimmer gedacht Sie schaffen den Anschluss und könnten vielleicht sogar noch ausgleichen Der Anschlusstreffer für PSG wirkt aktuell schon so, als hätten sie hier so ein wenig die Oberhand Leon Goretzka Mane hat den Ball Die Gelegenheit Musiala Immer noch gefährlich Er trifft Und damit steht heute für ihn ein Doppelpack zu Buche Der neue Spielstand lautet jetzt also 3 zu 1 Er kommt nicht durch mit dem Pass, der Verteidiger passt auf Und Neymar Jetzt der Angriff von PSG Wenn er den Lauf etwas besser timet Dann kann das was werden, so ist es abseits Mane Musiala ist das Gnabry Leon Goretzka Den Ball will er nicht hergeben Goretzka Mane hat den Ball Choupo Moutinho Er hat Tour Nummer 3 Unfassbar Wahnsinn Seine Form Der trifft nach Belieben Tanzt die Abwehr Ein ums andere Mal aus Das war der Halbzeitpfiff Zeit für die Spieler sich ein wenig zu erholen Kein gutes Spiel hier von Lionel Messi Ihm fehlt so ein bisschen die Bindung zum Spiel So kann er kein positiver Faktor sein Weiter geht es mit Durchgang 2 Die Bayern liegen klar vorne Kann aus ihrer Sicht gerne so weiter gehen Mani Und er hat den Ball Schöner Pasta Ball im Aus Klasse Zweikampf Einwurf jetzt Die Bayern wechseln Hakimi Ball ist beim Mbappé Was für eine Parade Aus dieser Distanz Starke Szene Da wissen sie Bei wem sie sich bedanken müssen Neymar mit der Ecke Da kann er jetzt erstmal klären Marco Ferrati Neymar Marco Ferrati Chance für Mbappé Eine starke Parade Halbe Stunde noch Dann ist das Spiel vorbei Tschupo Moting Mane Sehr gutes Tackling Das war wichtig Kimmich Leon Goretzka Und erneut Goretzka Ball kommt an Was machen sie daraus? Und das nächste Tor Das ist natürlich stark Sie lassen nicht nach Erhöhen damit auf vier Tore Vorsprung Und mit dem Spielstand von 5 zu 1 geht es hier weiter Und Messi Da ist Mbappé Spielt den Ball in die Füße des Gegners Bisher ist das eine richtig gute Ballbesitzquote auf Seiten der Bayern Kurz eingehakt Jetzt wird es vielleicht gefährlich Ist abseits, weil er da ein Tick zu früh startet So, die letzten 15 Minuten jetzt Jetzt gibt es hier vielleicht die Chance Ganz spannende Szene Sehr gut gemacht Die Gefahr ist vorbei Ja, da gibt es gute Anspielstationen Ballverlust hier durch Kimmich Nur noch der Torwart vor sich Nur noch der Torwart vor sich Sie geben noch mal alles Machen das Tor, aber das ist zu spät, oder? Ich fürchte, ja, Wolf Schauen wir auf die Uhr Hilft das hier noch? Ich habe da meine Zweifel Und jetzt haben wir hier noch einen Treffer Mittlerweile steht es 5 zu 2 Gnabry Leroy Sané Gnabry Ballverlust Bayern München Hier kommt die Nachspielzeit Zwei Minuten gibt es So, damit ist diese Partie also zu Ende Und für Paris Saint-Germain Ist es hier eine Niederlage geworden Schon erstaunlich, dass sie hier so untergehen Damit hätte ich in der Form nie gerechnet Das war heute eine überragende Vorstellung vor dem Ah, so ein Dreierpack Das ist natürlich klasse Unheimlich torgefährlich Torhungrig Du merkst diesen Willen Findet immer wieder die Lücke Verschafft sich die entscheidenden Räume Klasse Spiel heute Klasse Sieg